Du sagst, du bist hässlich. Du sagst, du bist so fett. Du sagst, du bist ach so dumm. Ja, du hast recht. Wie oft ist dir das schon passiert? Dass dein Date scheiße lief. Oder dass er oder sie keine Beziehung mit dir will. Aber wer will schon eine Beziehung mit jemandem, der sich selber scheiße findet? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe hier die Lösung für dich. Selbstwertgefühl. Auch Experten bestätigen die Wirkung von Selbstwertgefühl. Hiermit bestätige ich als Experte die Wirkung von Selbstwertgefühl. Wow, seht ihr, es ist bestätigt. Bestellt jetzt bei euch selbst Selbstwertgefühl. Natürlich kannst du immer noch in deine alten Verhaltensmuster fallen und andere Menschen überzeugen, wie schlecht du doch bist. Damit sie dir sagen, dass das nicht stimmt. Aber ich rate dir zur Abwechslung mal. Selbstwertgefühl. Nebenwirkungen sind unter anderem Selbstvertrauen, gesunde Beziehungen, Erfolg im Beruf, Spaß. Brust, grust, chapeen. Brust, grust, chapeen. Brust, 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 chapeen. Untertitelung des ZDF, 2020